Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval. Weiter geht's? So. Einer ist weg. Ach ja, es gibt ja hier ein bisschen Auto-Aim. So. Blöde. Diese Federmäuser sind nervig. Ow! Oh! Blöde. Blöde. So, den hätte ich erwischt. Na, leben, 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 leben. So, erwischt. Geld, Geld, Geld. So, hier ist jeder mehr Geld und Leben. Neuer Versuch. So, diesmal habe ich die Keule eingesammelt. Was? Ich bitte Ich bin ja. Das war's. Na, kommen wir an der gleichen Stelle. So, geht doch. 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 Na, endlich. Kann man das nicht überspringen? Nerviger Drache. So, geht doch. 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 Mann. So, geht doch. So, geht doch. Mal wieder. So, geht doch. So, geht doch. So, geht doch. Boah, hat das hat. Ja, genau. So, geht doch. Was, was ich dringend, was ich dringend. Leben. So, geht doch. So, geht doch. Wie funktioniert. So, geht doch. Oh, da ist Leben. Oh, da ist Leben. Oh, da ist. So, da ist eigentlich. Was ist hier? Noch übel, ihr Drachen? Na, wie viel hältst du aus? Und was ist hier drin? Diese magische Barriere wurde von den Drachen von einst erbaut. Nur wer tapfer genug ist, die Drachenrüstung zu tragen, darf dieses Flammentor passieren. So, wo kommt die denn her? Wann öffnet sich das denn? Sternruhne? Hier geht's rein? Hier geht's rein? Ich habe die Drachenrüstung. Oh! Ähm... Was zur Hölle? Was... War das diese komische Schlange, die gemeint wurde? Ich habe vergessen, dass ich so viel ich Leben habe. Das habe ich ganz vergessen. Was ist das? 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 Hat er mich getroffen? So So, weg mit dem da. So, weg mit dem. So, weg mit dem. So, alles von mir kommt von hinten. So, weg mit dem. 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 So, weg mit dem.